Heute testen Lenny und ich das allererste Mal Fortnite Kapitel 4 und Lenny, du musst heute alles machen, was ich dir sage. Was? Alles? Ja, hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spiels Kanal. Ihr seht sie gerade, ich bin tatsächlich bei Lenny zu Hause. Hallo. Und du musst... Wer hat gerade gesprochen? Ich sehe hier gar niemanden. Hallo? Und du musst heute... Hallo? Ja, Lenny, du musst heute alles machen, was ich dir sage. Und du musst probieren in Fortnite Kapitel 4 die allererste Runde. Überhaupt, wir haben es jetzt gerade aktualisiert zu gewinnen. Vor allem, lass den Daumen nach oben, abonniere den Kevin Spielkanal und es geht los. Und was ist, wenn ich das nicht mache? Dann kriegst du jedes Mal ein Ei auf den Kopf. Du passt gar nicht auf mich drauf, Soros, die Decke gar nicht. Woll? Digga, wie sieht das aus? Bruder, ich weiß es nicht. Hä? Bruder, was ist das? Spielen wir gerade Fortnite? Bruder, ich weiß nicht, was wir spielen, Digga. Ich weiß das nicht, Bruder. Es sieht so aus, als würde ich gerade... Digga, du bist halt in einer... Junge, was ist das? Was ist denn jetzt los, Digga? Was ist denn, wenn da mehr passiert? Wir sind einfach im Weltall, Bruder, hä? Äh. Bruder, ich hab schon wieder gar keinen... Wo ist Tilted Towers? Bruder, ich lande unten im Wald. Aber wo ist Tilted Towers? Bruder, ich weiß nicht, aber warum hab ich 130er Ping, Bruder? Du gewinnst. Du steht nur auf der Ping. Da oben. Jetzt hab ich 20er Ping. Jetzt hab ich 1900er Ping. 1800er Ping. 18er Ping, 20er Ping. Nenni, wenn du jetzt gewinnst... Bruder, warum sieht das Game so anders aus? Ich hab null Euro, ich wollte sonst gehen. Bruder, gib mir 2 Euro, wenn ich gewinne. Okay. Digga, was ist das für ein Spiel? Bruder, ich weiß es nicht. Warum sieht das so anders aus? Bruder, das Spiel gerade sieht aus wie Far Cry. Land da an dem Haus. Ja, okay, ich lande in dem Haus. Hey, no joke. Böse den. Bruder, hier ist die Gegner. So schnell es geht. Bruder, hier ist die Gegner. Du musst hier keine Waffe, Bruder, hallo. Hey, Digga, das ist kein Vorhandel mehr. Was ist denn das, Digga? Ey, hallo, hallo. Du bist leicht rot. Bruder, ich bin am rumlecken. Es legt alles rum, Digga. Hallo, ich hab für... Ich brauch mich so einen Ping auf einmal. Hallo. Meine Waffe, ich... Neue Runde, Lenny hat verloren. Bruder, ist... Hä? Wollen wir nicht so rumlecken? Und ich kann meine Waffe nicht auswählen. Weiß nicht. Ich kann die Waffe nicht auswählen. Dann muss ich jetzt auf diese Tastatur... Ich kann zwar auf diese Tastatur nicht spielen, Bruder, aber ich mach trotzdem. Für dich, weil ich cool bin. Dir zuliebe. Meine, es geht wieder los. Lenny, du musst jetzt gewinnen. Wenn du gewinnst, dann kriegst du... Ich lande jetzt im Schnee diesmal, okay? Dann kriegst du einen Handschlag. Bruder, mein Internet, was ist das, Bruder? Warum habe ich 160er Ping jetzt gerade? Warum? Lenny, du gewinnst jetzt, hast du gehört? Bruder, mein Internet ist scheiße. Du musst nur gewinnen. Bruder, warum ist mein Internet so scheiße? Du musst nur gewinnen. Jetzt hast du mal einen 30er Ping. Aber da geh ich wieder nach oben. Schau mal, ich meine, nach oben. Schau mal, auf einmal 90er, auf einmal 120er Ping, Bruder. Telekom ist so ein Müll. Wirklich, schämt euch, Telekom. Wirklich, schämt euch. Bruder, Vodafone ist aber auch nicht besser. Das ist ja wohl eine Scar. Sehr wann gibt es eine Scar, ein Grau, Bruder? Das ist eine Graue Scar. Ich weiß nicht, Bruder, was... Ich bin so kack. Ich habe dein Gefallen mehr gespielt, Bruder. Nimm das. Bruder, wo ist der? Töte ihn. Lenny, deine Aufgabe ist, dass du ihn tötest. Bruder, ich treffe niemanden. Hä, das ist so komische Hitmarker, Bruder. Er ist gestorben. Warum sind das so komische Hitmarker? Weiß ich nicht. Warum ist das alles so komisch, Kevin? Junge, wie sieht das so kristig aus? Bruder, ich weiß das nicht. Sieht das vorher so aus? Bruder, es sieht alles ganz komisch aus. Ich frage mich nicht. Das Spiel sieht aus wie als... Bruder, was ist das hier? Warum sind diese Animationen... Also warum sieht das so ganz anders aus als vorher? Weil ich meine Grafikeinstellungen hochgemacht habe, Bruder. Echt? Ja. Aber dadurch sieht das irgendwie aus wie ein anderes Spiel. Ja, ich weiß es nicht, Digga. Er fragt mich nicht, was... Lenny, ich möchte jetzt, dass du deine beste Waffe droppst. Digga, das ist so unlustig. Warum... Mann, ich soll gewinnen, Digga. Wieso soll ich das denn jetzt machen? Mach einfach. Hier ist ein Gegner, warte. Lenny, ich möchte, dass du diesen Gegner töten. Was ist denn? Hä? Ist der dumm? Der war gerade ein bisschen am Head klitschen. Der war am Wall klitschen. Ne, das ist ein Bot, glaube ich. Aber hier ist eine Kiste, Kevin. Warte mal, schau mal. Hier ist irgendwo versteckt, hier versteckt sich eine Kiste. Die, 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 die versteckt sich da. Da kommt ein Gegner, da kommt ein Gegner, da kommt ein Gegner. Warte, warte, warte. Dass du diesen Gegner direkt töten. Warum sind die Hitmarker so komisch, Kevin? Warum leckt alles so rum? Alles ist ein bisschen am rumlegen gerade, Kevin. Mach jetzt mal Flosstanz. Ja. Hast du den? Ja, warte. Äh, da. Und jetzt im Relay? Digga, bist du... Das ist cringe. Mach nochmal. Granate, grana... Mach jetzt schnell. Oh, Mikrofon. Mit dem Mikrofon ist kaputt. Egal, es geht noch. Es geht noch. Es geht noch. Lauf erstmal weg. Ah. Warte, warte, warte. Ah, der ist hier irgendwo. Willst du dich nicht heilen? Bruder, ich hab nichts zum heilen, Bruder. Was soll ich denn heilen, wenn ich nichts zum heilen habe, Bruder? Leute, ich hab Mikrofon kaputt gemacht. Egal. Kevin, du hast mich hops genommen. Ich möchte jetzt, Lenny, dass du direkt zu dem Gegner bist. Der hopst mich aber. Heißt aber kack. Bruder, ich hab gar keinen Leiter an dem Game. Mein Ping ist am Arsch, alles am Arsch. War sowas blaues gerade, ne? Möchtest du das blaue? Der ist am Svetten, Bruder. Der ist am Svetten. Egal, er ist ein MPC. Was für MPC? Ist er kein MPC? Ja, er ist ein... Guck ihn dir an. Natürlich ist er ein MPC. Hä? Er ist ein MPC. Das machst du gerade, Kevin. Bruder, ich bin gerade nicht in der Runde. Was machst du im Fossheim, Kevin? Nur das Motorrad jetzt und fahr weg. Warum bist du selber... Warum bist du im Motorrad, Kevin? Was ist das jetzt? Hä? Hä? Hier ist ein Windkanal. Hä? Hä? Ich hab grad Saito gemacht. Du hast Damage auch. Kann ich Willi machen? Oha, oha, Zivili, schau mal. Kevin, ich Zivili. Oha, Junge. Lenny, ich möchte, dass du den nächsten Gegner, den du siehst, schlagst du ab und rennst einfach nur weg zu dem Motorrad. Ich möchte, dass du dem nächsten Gegner, den du siehst, dein Motorrad quasi übergibst. Okay? Aber das ist ja unfair. Warum? Er weiß ja, wo du deinen Gegner dann bist, oder nicht? Hä? Warum trinkst du jetzt? Du darfst nicht trinken. Hallo? Nicht trinken. Kevin, das ist doch kacke. Was ist denn das? Aber wir haben bestimmt ja ein Video, was du machen musst. Aber Kevin... Weil du besser ein Fortnite bist als ich. Ich erschüsse. Egal, ich fahr da jetzt hin. Egal. Kevin, ich hab vielleicht keinen Sprint, glaub ich, oder? Oh, ich hab noch Sprint. Doch. Ich fahre Zivili. Oh, das Game sieht so anders aus. Schau mal. Was ist das? Hä? Kein Fortnite. Das ist kein Fortnite. Das ist Animal Crossing. Das ist Animal Crossing oder so. Digga, was ist das? War das auch vorher schon so, als du mit dieser Hohen Grafik gespielt hast? Oder das... Aber ich hab ja vor der Lange nicht mehr vor, Grafik gespielt zwar, aber es sieht irgendwie komplett anders aus alles. Das hat so ein Blumen auf einmal und so. Alles so. Hier, mein Motorrad, nimm mein Motorrad bitte. Und gönnst dir einfach. Tschüss. Darf ich ihn jetzt trotzdem mal angreifen? Was ist das jetzt hier? Was ist das denn? Hä? Hä? Oh, die Legende. Warum ist das denn jetzt her? Warum ist das jetzt gerade... Warum ist das jetzt gerade was gespawnt? Was ist... Was ist... Was ist... Hä? Was... Hä? Hä? Ein Pistolenbooster? Kevin, was war das gerade? Greif den Gegner jetzt an. Okay. Kevin, wo ist der? Kevin, der versteckt sich. Nein, in deinem Busch. Er ist ein NPC. Er ist ein Bot. Klipp ihn. Klipp ihn. Ich hab keine Metz. Keine Metz. Klipp ihn. Ah! Woh! Ja, er hat... Bruder. Er hat... Was, was er macht, das ist unfair. Weil er hat so dieses... Komm, lass jetzt mal dem Profi ran. Der hat dieses... Verschiedene... Lass jetzt mal dem Profi ran. Nach Kevin. Aber... Muss man jetzt hier von dem Profi lernen. Kevin, was er gemacht hat... Du, was krieg ich dann? Okay, dann mach ich dir einen Spiegel und nix dir auf den Kopf. Welcher Platz warst du? Äh, ich weiß es gar nicht, ich sag gar nicht. Ich drog 15. Ich hab wirklich... Du lügst... Ich lüg nicht. Lügen darf man nicht. Lügen darf man nicht sagen. Okay. Kevin, okay. Nee, nee, nee. Wie kann ich das jetzt schließen? Ich bin alt. Digga, Lenny springt mit der Maustaste hier an der Seite. Was ist das denn jetzt? Ich bin mein Leben lang schon sofort. Nein, hä? Digga, kannst du mir mal einmal ganz kurz die normale Steuerung eben einstellen? Muss ich aber alles wieder neu machen? Echt jetzt? Ja, egal. Ja, dann nee, dann ist ich dann egal. Das heißt, das ist dann eine Challenge, weil ich hab jetzt nämlich auch Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, dass du so gewinnen musst. Ich sag mal, kannst du nicht voll gerade das Raumschiff steuern? Äh, Kevin? Hm? Nächste Aufgabe ist, du musst bitte einmal, ähm, guck mal. Ich hab ja hier so Marshmallow. Och nee, ich mag Marshmallow, oh man, Marshmallow ist nicht. Du musst doch auch nicht. Du musst jetzt einmal so diese drei Marshmallow in den Mund und isst die bitte einmal und spielst sie bei Fortnite, okay? Digga, die... Die sagt mir jetzt, wie lange die da schon liegen. Ja, nicht lange, die kannst du ruhig essen, ohne Scheiße. Aber okay, aber ich muss die jetzt echt nochmal vorne spielen. Wie lange liegen die da schon? Ne Ahnung, eine Woche oder so. Warum hast du so einen Kackgleiter? Und viel cooler, ich hab so einen vollen grünen Gleiter. Ich gar nicht. Der ist voll hart. Ist das normal? Ja. Ist das mal? Hä, ja. Wieso ist das so hart? Marshmallow ist doch weich. Weich. Digga, der reißt das da ab. Das ist weich. Das ist weich. Das ist weich. Das ist ja gar keine Challenge, Kevin. Okay, wir haben eine Challenge, Kevin. Bruder, die Challenge ist schon. Ich spiel ruhig weiter, Kevin. Alles gut. Ich spiel ruhig weiter. Ich seh gar nichts. Wo ist nur auf Fortnite? Geh weiter. Hau mal die Kamera, Kevin. Wo ist die Kamera? Da. Da. Guck mich mal an. Lauf ich gerade weg? Digga, das ist doch eine Tür. Lebe ich noch? Ja. Ich helfe dir. Komm, komm. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Pizza. Digga, ich seh die Tür nicht. Hab ihn. Kannst weiter. Guck mich mal ganz kurz an, Kevin. In den Augen. Digga, wo bin ich? Ich bin wieder an diesem Loch gefangen. Ah, hier kann man raus. Kevin, was machst du gerade? Guck mich bitte nochmal an, Kevin. Ich weiß nicht, wo ich langlaufe. Lenny, wo ist wieder Ausgang? Oh. Wow, was machst du da? Angeschossen. Rot. Hast du sehr toll gemacht, Kevin. Wie lange habe ich überlebt? Nicht so lange wie ich. Das heißt, du hast verloren. Wir machen eine letzte Runde noch. Und jetzt probierst du nochmal zu gewinnen. Und wenn du jetzt verlierst, dann bist du ein Verlierer. Okay. Gesicht so. Das ist so da. Da. Wie sieht man aus? Wieso nicht so an der Hände? Wie sagt man das? So ein Sid. Hi. Hi, ich bin Sid. Sag das mal. Hi, ich bin Sid. Oh nein. Es ist noch ein Marshmallow. Irgendwie Marshmallows. So hart. Wie kannst du das essen? Hält mich so gut. Bist du schon gelandet? Hm, 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 gleich. Ey, hier ist ein Gegner. Ey, wenn du jetzt stirbst, dann bist du der schlechtste Spieler. Ey, lass mal wiedersehen. Ach, da ist das Spiel. Digga, das Spiel war für mich da oben irgendwo. Wo hast du denn gekleppt? Kevin, ich habe Flickflack-Hosen-Zigzack-Dim gemacht. Okay, die beste Platzierung war von mir. 2,50. Oder ich slitter hier rum. Digga, es gibt auf einmal A. Oh nein, du bist rum. Ey, das ist easy-kleppt schon mal. Du überlebt das so lange. Ich weiß nicht. Das steht auch als Kill, ne? Ne. Doch, doch. Ich halte euch für diese scheiß Waffe aufheben. Reicht doch. Kevin, hast du doch auch gesehen, was ich gesehen habe? Ne. Zeig, was ich gesehen habe. Umso eine Kisse, ich wollte erst mal abhauen. Okay, das abhauen ist wichtig. Verstehst du? Vielleicht habe ich hier Mini. Schau mal. Mini ist das Klingmann, das weißt du aber, ne? Ja. Kevin? Hau weg, Mann. Ich zeig dir jetzt, was ich gesehen habe, okay? Bist du bereit? In der Munster-Dreck. Hast du schon mal ein Eichhörnchen gesehen? Hast du schon mal ein Toastbrot gesehen auf zwei Beinen? Ne. Ich auch nicht. Aber hast du schon mal ein Eichhörnchen gesehen? Ne, du? Ja. Okay, cool. Hast du schon mal ein Wildhorn gesehen? Ne, du? Ja. Hast du schon mal ein Wildhorn gesehen? Ein was? Ein Wildhorn. Ein was? Ein Wildhorn. Ein Wildhorn? Ist ein Wildhorn? Achso, dann bist du schon heiß. Höh? Der hat mein Auto geklappt. Du hast den Wagen ausgezogen, der ist eingestiegen, hä? Platten geschossen. Ey. Er überfährt mich, er überfährt mich, er überfährt mich. Das ist höchst kriminell. Er überfährt mich. Ich hab ihn in die Erde genommen. Hi. Ich bin Sid. Heaven? Ja? Nichts. Ich hab dich grad geniezt. Was sagst du dazu? Du musst Top 20 werden. Wenn du Top 20 beküsst, dann musst du eine Brille aufsetzen. Ich möchte, dass der nächste Gegner, der kommt... Wo ist so ein Wildsturm? Lass mal einen Windsturm rein. Ne, das hab ich mir nicht als Aufwand gegeben. Doch, 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 das ist der Windsturm. Wo hast du eine so unten? Ich möchte, dass du so lange in den Windsturm fährst, bis du ein Gegner siehst. Okay. Hä? Der ist weg, der Windsturm. Jetzt musst du eine Waffe wegkaufen. Ich bin jetzt hier... Oh, die Tankstelle kenn ich, oder? Was? Kenne ich? Ist das diese Tankstelle, die schon dein, ne? Bist du dumm? Nein. Das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Büt ihn. Ich kann nicht bauen, Digga. Komm her, du König, Junge. Ich schübel dich, Junge. Komm her. Hä? Hallo? Was ist auf, Digga? Ja, was ist... Was ist mit Luft los? Der, der, der hat ja gar nichts, der Typ. Er ist ein NPC. Ja, das war aber sowas, aber ein NPC. Der hat gar nichts geraucht, der Arme. Wir bauen die Sky-Bad. Kennst du diesen Sky-Bad-Trick? Ah, das geht gar nicht. Ich will da nicht bearbeiten. Oh, du bist so schlecht. Freunde, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, Kevin ist besser als Lange. Oh Gott.